Hallihallo Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Und vorhin habe ich schon ein Video begonnen, aber die Kamera hat einfach aufgegeben. Ich habe vorhin den, also wie ihr schon den Titel gesehen habt, mache ich ein Ranking am Wettbewerb. Und vorhin habe ich den Goldenen gedreht und er hat 55,1 Sekunden geschafft. Na, 5 Sekunden mehr, aber ja, dann wäre es einfach gut. Dann drücken wir weiter mit dem Military. Den habe ich neu und wir sehen uns gleich. Äh, 2 Sekunden zu spät. Den habe ich gleich angegeben wie der vorhin. Ich schaue nicht. Aber das schafft, glaube ich, nicht einmal 20, doch 20, aber. Ja, schade. Nur 22,2 Sekunden. Ich hätte mir gedacht von ihm, aber ja, gehen wir weiter. Der nächste ist der Metallblaue. Ich glaube, er hat es rückgesetzt. Ähm, und ja, wir sehen uns auch gleich. Den habe ich auch wieder wie vorhin angeschaut. Auf den Tisch ist er laut, aber in der Hand sehr leise. Ich gebe nicht an, sonst hört ihr es eh. Oh, komm. Was? Ja. Oh, hier habe ich zu früh gedrückt. So 30, 30, 31 Sekunden. Ich hätte auch mehr gedacht von ihm. Ja. Aber ja, wir sehen uns gleich. Hier geht es mit dem Matzblau. Ja. Wir sehen uns gleich. Den habe ich auch gedankt dem wie vorhin. Na, genug. Au, hat er nicht schwach. Also, der schafft es noch gut. Aber wieder goldene, 55 Sekunden, glaube ich jetzt nicht so. Was? Schon 40. Also, er schlägt den goldenen. Oh, ja. Er schlägt den goldenen. Oh, ja. Eine Minute schon. Super. Ich hätte weniger erwartet zu ihm. Oh, ja. Ein bisschen langweilig. Er wird langsam. Er schlägt fast zwei Minuten. an. Uh. Eine Minute 50. Super. Er dreht sich ja noch. Zwei Minuten. perfekt 2 11 sekunden und ich mache bald auch noch eine rupture ist leicht und sonntag jetzt geht es weiter mit den zahnradspinner wir sehen uns gleich ach ja ihr müsst unbedingt am zehnten oder neunten august einschalten und zwei monaten einmal dann mache ich einen blog denn ich habe mich für den sommerplatz angemolten und ich gehe in skyline park und am zehnten gehe ich am morgen bei hallo polizei schau wie es da ist im polizeiauto und im gefängnis und am nachmittag so gegen 1 gehe ich noch im synodon vielleicht und schon hinter den kulissen ich einfach und verbessere ich drei aber ich habe noch keinen brief bekommen von ihnen weil ich bekomme einen brief wo ich mich schriftlich angemolten habe aber ich will euch nicht verquatschen wir sehen uns gleich auch wieder wie vorhin angegeben worden ich gehe mit sr 5.5 punkt im skyline park und ja dann nehme ich natürlich auf vielleicht gibt er mir seine grouper oder mit dem handy aber unter uns ich habe mein passwort vergessen für meinen youtube kanal jetzt gleich nur noch hier rein naja deshalb werde ich definitiv mit dem handy film ja es ist übrigens 9 uhr 5 25 und ein freitag ach ja ich lese in zeit animes mein lieblings an ich habe zwei lieblings an den ersten seht ihr hier das 7 deadly signs schaue ich im moment auf netflix und den anderen habe ich noch ein drei bücher von ihm es ist nation classroom habe ich auch schon den ganzen die ganze serie geschaut oh er schafft ab mehr als zwei minuten und ich habe nur bekommen kennt ihr das suju klick es geht mir einfach nicht mehr aus dem kopf ist immer so die x-ray türkisch ist der suju klick türkisch ist der suju klick türkisch ist der suju klick es ist ein lustiges lied und am sonntag kommt die winter vielleicht und morgen vielleicht vielleicht schaue ich mir mal meine ganz alten videos von meinen alten account wo ich nur dislikes hatte aber ja fast drei minuten was und drei minuten perfekt der ist cool den habe ich getauscht gegen einen normalen die den hier nur erdgeleuchtet in der macht er wohl das war ein gegen die aber das finde ich irgendwie dumm aber egal 19 stunden ich werde spaß haben ist kann ein park von 7 uhr bis 20 uhr und ja halt nein so um die drei minuten 30 ja ja gut gedreht wir sehen uns gleich sache dass ich jetzt nicht alles gezeigt habe ab ein moment es wurde mir ein bisschen zu langweilig deshalb habe ich das einfach rausgekratzt und hier seht ihr die liste ich sag euch mal wer alles gewonnen hat Nummer eins ist zahnrad dann kommt mattblau dann der leuchtende dann der goldene und der roten auf dem gleichen dann der weiße der zebramuster der metallikblaue der mit den rubinen der military der schwarze und dann schluss der batman also nummer eins zahnrad nummer zwei mattblau nummer drei lightning nummer vier gold and red nummer fünf weiß nummer sechs zebra nummer sieben metallblau nummer acht silberrubin nummer neun military muster nummer zehn schwarz schwarz und nummer elf wach ja nummer elf batman eigentlich fehlt ich ja 30 aber mir fehlt da noch einer ein gelber egal ja das war es auch schon mit meinem video und unbedingt am 19 oder 10 august einschalten und ja wir sehen uns bye ah ja light goes tab o data lasti bye im kay Bis zum nächsten Mal.